Hi, hi! Ich hab nen Job für dich! Ich hab nen Job! Alles klar, Peule? Habe ne freie richtige Tee-Party, aber mein Geld ist nicht aufgetaucht. Und ohne den Reiter ziehst du mich auf keiner Party! Vergiss das! Sein abgibt der Reginald von Waco zu gehen. Ich glaube, seine Mutter hat ihm verbunden, mit ihm zu sprechen. Du wirst sie überreden, ihm meine Obhut zu geben. Bist du da mit den Helikoptern, Tobi? Hoffentlich nicht. Ja, ich hoffe es auch nicht. Der Mond sieht cool aus. Guck mal, er sieht aus wie von Star Wars. Ja, und der hier Piperion-Cruiser-Battleship-Dingie-Money ist davor. Sind wir richtig? Ne, das ist nicht das richtige Gebiet. Ich glaub, wir könnten bestimmt hier durchgehen, oder? Und den anderen Team laufen. Ich versuch's einfach mal. Oh, röd! Wieso? Ich muss ja durchlaufen. Nicht? Guck mal, geht doch. Das war jetzt nicht das Problem. Das wird dir nicht gefallen. Oh shit, hier ist ne Eisenbahnstrecke, ich hätte vom Zug überfahren werden nachher. Doch rechts über einen schwierigen Kellner! ZUWAZE! 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 Jetzt könnten wir die eigentlich doch erhöhten, oder? Gibt doch gute XP. ZUWAZE! Ich weiß nicht, dass hier ein Zug an kommt, und du überfahren wirst. Sehr witzig. Okay. Auf mal Schienenbank? Go! Okay. Sir Reginald ist nur einer von vielen illustren Gästen, die zu meiner Tee-Party kommen werden. Ich habe auch Prinzessin Fluffy-Battern... Oh Gott! Da ist ein Helicopter, Tobi! Das wirst du nicht glauben! Die holst du später ab! Alter, was habe ich denn hier hinter mir? Ich mag die Waffe, die ich hier gerade habe. Das hier ist der Scheiß mit den Helicoptern! Lass hier bloß weg, Tobi! Lass bloß weg von dem Shit! Lass bloß weg von dem Shit! Wo müssen wir überhaupt hin? Ich bin weg! Wo bist du hin? Ich glaube hier im Berg. Ich bin hier auch am Berg. Du bist schon auf Warnabzeit. Ja. Aber ich glaube, bei mir kommt man nicht hoch. Ich habe so das Gefühl gerade. Oder? Ich versuche es mir gerade. Ich versuche es mir gerade. Hier kam gerade der Zug. Hi. Nein, bei dir kommt man nicht hoch. Nö, ne? Ich bin schon hoch. Schnauze! Alter, ich sehe gerade. Ey, da ist noch dieser Flugzeug gegen hier oben hier wieder. Nehmen wir uns Helikopfer. Entschuldige Madam von Bartelskis Temperament. Sie ist Verliesserin. Der Helikopter ist immer noch bei uns? Oder wird er uns immer noch vernichten? Weißt du was? Was? Das ging nicht! Was sagt man dazu? Go, go, Raketenwerfer! Schaden, Alter! Macht die Schaden? Lass mich mein Raketenwerfer nachladen! Alter! Toast die Fritsch! Toast! Kostet wieder auf die Beine! Wir haben so vieles zu besprechen! Ich hoffe, mit nem Raketenwerfer vernichtet! Hier ist ne Shotgun, Tobi! Willst du die? Diesen Schild war besser als das meint! Du hast's, Reginald! Jetzt musst du nur noch Prinzessin Fluffy-Bad finden und mir ein bisschen Eisenschrott von den Koptern holen, damit du meine Teekanne daraus basteln kannst! Nicht? Dann verkaufe ich die! Oh, du kannst unterwegs gerne ein paar Crumpets organisieren! Die Crumpets sind geil! Ne, ist für Sniper die würde ich sagen! Oh! Was? So ein Kopter-Teil-Levels auch! Nö, ne? Was? Nein, nein! Das ist echt! Ersch bitte ein! Mein Raketenwerfer-Muni ist alles! Damit klappt! Hast du einen? No! Okay! Kann man die echtreste runter? Oh puh! Da muss man nicht so viel am besten gleichzeitig haben. Aber ich glaube wir haben gerade viele von gleichzeitig. Die Pistole zielt übrigens bei denen, wenn ich das. Der Fresser! Schieß weiter! Du hast einen Boot bei mir. Irgendwie macht er irgendwann eine ganz böse Attacke, die ganz viel Aua macht. Manchmal. Geh hier hinter, wenn er ankommt. Das ist ganz praktisch. Ah! Ich hab Angst vor dem, Alter, ohne Scheiß. Das ist ein Arschloch. Oh, so Scheiß, ich wollte nicht so Scheiß aus denken. Wo ist er? Alter, da kamen die Raketen an! Das ist ein Pfeil. Ich bin da! Was sind Crumpets? Wir sollen irgendwie Crumpets sammeln, Tobi. Ich weiß noch. Als Bonusaufgabe. Hast du aufgepasst? Was? 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 War ich serious? Ich bin hier runtergefallen. Uuuuuh! Das ist genug Schwart um eine C-Kanne zu machen. Du bist der Beste! Du bist der, du bist der Beste! Du bist der, du bist der Beste! Du bist der, du bist der Beste! Ja, aber was sind die Crumpets? Da ist noch irgendwo ein Ding. Keine Ahnung. Ist das hier drinne? Ich guck mal auf der Karte kurz. Einen ist noch hier? Ja, hier Tobi! Das ist hier drinne. Voll gemein. Das ist da, wo die Helikopter spawnen. Ah! 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 Wien haben wir denn? Oh, shit! Hm, bleib vor dir! Wieso lade ich eigentlich nach? Der fucking Gott! Ich weiß noch nicht, niemand war noch nicht die letzte, Tobi. Ich weiß, ich hab das andere das nicht. Ich hab Prinzess und Fluffy. Ja, niemand noch nicht. Ich hab hier die Crumpets. Ich werde so viele konsolante Crumpets verputzen, das wird die reinste Crumpokalypse! Okay, dann komm ich zu dir. Ich will hier weg von den Scheiß. Ach, du hast die? Oh! Diese Party wird die volle Supersause! Alter, wie weit bist du denn? Du gehst doch schnell weg von den Scheiß Helikoptern, oder? Ich hab Muscle und Speed. Wie viel? Wieso hab ich eigentlich voll Gesundheit? Das ist cool geworden. OK, wir müssen sie jetzt hinsetzen, oder was? Stopp! Wir müssen sie Platz nehmen lassen, Tobi. Heißt sie wirklich Fluffy Butt? Ja. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, und ist scheiß. Oh mein Gott. Ja, dass du dich nicht mehr abbekommst? Was? Wieso soll ich dich abbekommen? Ich bin OP, Mann. Sehr erfreut! Jetzt zur Einladung des Ehrengastes! Dann will ich ne Teeparty schmeißen und der Ehrengast fehlt! Haben wir irgendwas gekriegt für die Aufgabe eben? Nö, wir müssen noch die einen Typen holen. Warte mal, ich will erst mal kurz hier hinkucken, wann hier hochkommt. Warte mal, wo der reinkommt. Sorry, we are closed. Nee, geht nicht. Aber ich starte Flapps noch mal rein. Gogo! Wo ist denn der? Vokato. Da hinten. Irgendwo auf dieser Map. Ja, du guckst nie auf der Karte, weißt? Doch, hier hinten musst du. Ich, dass du über die Karte guckst? Kann man denn sowas nicht überleben, weil wir das ausprobieren? Nein. Ja, du kannst rein, auf jeden Fall. Ja, du kannst rein, auf jeden Fall. Kann ich dir nicht anheben? Ja. Ja, du kannst dir nicht anheben. Ja, du kannst nicht anheben. Ich möchte nicht anheben. Ich kann nicht anählen. Oh Gott, hier ist einer mit Kiste. Ich weiß eigentlich was, wo bist du überhaupt neben mir? Da bist du! Fläschstück dir in Hördast! Doch ich bin in seiner Bewohner, ich erledige den Rest! Wo bist du denn? In der Kiste! Weg dich! WTF? Set alles weg, tut doch! Ach, deine Gottverdachtung, flieh! Alter! Kriegst du den sonst schon? Alter, wieso hält der sich nicht aus? Kriegst du den? Nein! Bist du tot? Alles knapp, Alter, wieder. Ich hab alles versucht, dass du ihn kriegen kannst, Tobi. Ich verletze unseren Gast nicht zu schwer, Kräule! Man kann auf keine T-Pote gehen! Was ist er denn? Läst du dich? Na ja, schon gut. Ich liebe dich trotzdem. Hä? WTF, Alter, so random. Alter, ich hab... Warum ist das gescheitert? Ach, das ist gescheitert. Weißt du, wir sollten ihn, glaub ich, nicht töten. Den sollten wir nicht töten? Den... Alter, die Shotgun! Hoho! Aber hier ist alles gepackt! Irgendwie bei mir. Alter, ich hab grad eine Shotgun! 203 x 60! Alter, die packe ich gleich für meine Raketen und nicht für das Ding. Raketen wäre was eh keine Muni. Alter, die Shotgun! Ne, Tobi? Was ist denn? Kannst du das richtig sehen? Bei mir ist das komplett gepackt, Alter. Was ist denn? Das ging bei mir in der Mitte hier drin, die Woche. Ich glaub, wir hätten den nicht umbringen dürfen. Wie denn? Den Typen mit den Kisten. Oder? Keine Ahnung. Guck mal Tobi. Die Shotgun! Hup! Alter. Schmeißt die Granaten?! Du kühlst die damit selber! Ist hier eigentlich ein Muni-Stamm? Ok, Kumpel! Ah, dann will ich ne Tee-Party schmeißen und der Ehrengast fehlt! Sei so lieblich und lock unseren Gast auf die Party, sonst fresse ich deine Babys! Sein Name ist Flechtig, nur so am Rand. Und warte! Töten ist aber cool! Ja ohne Scheiße, wollen wir den sonst hinkriegen da? Lebendig! Ja, aber wie? Langsam! Toll, du hilfst nicht! Da ist er! Flechtig der Ehrengast! Lock ihn hinter in meine Wohnung, ich erledige den Rest! Hör auf mich anzugrotzen! Hätten wir den an euch töten dürfen denn? Wahrscheinlich nicht. Komm her! Ey! So nen Sackgesicht! Der läuft weg! Ich will spielen! Bitte spiel mit mir! Hast du den Film zum Boot aufm Kopf, wenn du jetzt weißt? Ich dachte, du würdest bestimmt gut schmecken! Hast du ihn angeschossen? Was ist das für ne Scheiß-Aufgabe? Kung-Fu! Ich seh dich! Jetzt dass ich die Zucker-Puppen-Tacken! Ah! Schießt wir mal neben ihn oder was? No! Was ist das denn? Was ist das für ne Scheiß-Aufgabe? Weih! Weih! Was ist das für ne Familie? Du in der Ferse-Aufgabe? Nein! Guck! Lass uns reden! Das ist Salz! Wo ist sie denn überhaupt? Nicht bekannt? Du kannst dir was aussuchen, Raketenwerfer oder Granaten-Mod.